Okay, wo ist die Blume? Wo ist die Blume? Da. Da. Nein. Ich kann... Komm, gib mir irgendwas. Kriege ich aber nur ein Leben mit? Das war was. Ich bin gleich da! Mhm. Total. Ach, Mann, ey. Ach, komm. Nein. So, ich will jetzt diesen Pilz haben. Ich bin nur gestorben, weil ich keinen Pilz habe. Du kannst das Sprungmelder auch einfach drunter werfen. Wie? So, meinst du das? Ja. Das ist für mich zu schwer auf diesem Malz. So, hier war ein Pilz, ne? Ne, ein Stern, oder? Ein Stern. Ach, du Schande. Was soll ich denn damit? Laufen. Oh, hey. Oh nein. Nein, nein. Sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Hey! Ich schaff das nicht. Du kannst gern Mario rufen. Nee. Nicht. Ey, aber... Verweck ich lieber. Was hab ich denn hier für ein Level? Oh, okay, was ist das? Das sind Goombas. Oh, oh. Oh, das ist das Level. Moment, wo ging's rein? Es ging doch irgendwo rein. Ah, dahinter. Genau. Dumm. Okay, aber jetzt muss ich trotzdem noch da drunter. Ja. Deswegen. Bam! War gut gemacht. Jetzt siehst du nur, wie das hier läuft. Ähm. Okay. Die... Lass ich diesmal in den Hohen. Mhm. Und huiii. Ne, ne, mit dem Pompus. Wie die aussehen! Was für große Latschen die haben! Yoshi! Nom. 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 Sinn als Bären? Ich meine ja. Und wenn nicht immerhin als Münzen. Fehler. Nom. Ist nicht egal. Yoshi! Bling! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das läuft viel zu viel schief. Oh Gott. Lieben! Juhu. 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 Okay, ich könnte jetzt ja mal was versuchen. Mach das. Ich töte ihn. Ich nehme einen Goomba mit. Oh nein, er weckt sich gleich! So. Das wolltest du versuchen? Ja. Ich wusste nicht, dass da direkt die Kante kommt. Sonst hätte ich den Goomba behalten. Er hätte ihn hoch geworfen. Dann wäre er in der Luft wieder wach geworden und ich wäre drauf gesprungen und wäre nicht vernünftig gekommen. Ja genau. Das hatte ich jetzt auch gerade von ihr erwartet. Aber. Das war nicht so. Ey. Hau einen raus. Ich komme da nicht hoch. Doch. Falk sie hin. Wieso ist er denn abgelohnt? Wieso ist er denn abgelohnt? Schön. Ah, okay. Oh, so easy alles. Ja. So. Dafür habe ich den zwei. So. Was war das? Das war schlecht. So nennt man das. Bums. Oh ne. Ah, das wird lustig. Hm. Schön. Ahlala. Wir haben mehr. Möp. 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 Und warten. Wieder? Oh. 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 Okay. Fast zerquetscht. Ich geh mein eigenem Weg. Möp. Komm. 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 Hör hochfliegen. Nein. Was soll ich denn? Weil mich dann nur wieder der Knochenkerl da trifft. Bones? Dry Bones. Okay. Da hoch. Yay. Da hoch. Da hoch. Hier warten. Mhm. Da war echt was drin? Wo? Meintest du doch hier unten drin. Da unten? Nein. Nicht? Nein. Dann verwechsel ich grad was. Okay. Bist zerquetscht. Hab ich umsonst gewartet. Schön. Aber du kannst es ausprobieren. Nee. Lass mal. Und Morten Cooper Junior. Lame. Lame. Bump. 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 Island. Hm. Slash. Bom, 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 bom. Okay, wer war Welt 3? Hm. Wendy? Ja, Wendy. Wendy, genau. Ja. Jetzt dann gehe ich den linken Weg. Okay. Also darfst du gern bald nachkommen. Ich komme gleich nach. Gut. Ich kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh, guck mal, hier. So mache ich es besser. So. Okay, da war ein Loch, ne? Ja, da war ein Loch. Ich bin so stolz auf dich. Nein, 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 nein. Komm, ich... Aber auch wenn ich auf Nummer sicher gehe, gleich bei den Töern, da bin ich so geliefert. Dann mach das mit den Röhren noch einfach. Achso, das da, ja. Ja. Mach das doch einfach. Ey, was ist denn hier? Ich gehe einen anderen Weg. Soll ich es eben machen? Doch mal schnell. Ja, dann laufe ich jetzt erstmal. Guck mal, du hast auch einen Feder und sowas, ne? Ich muss mich hier die ganze abquellen als kleiner Furz. Was stirbst du denn auch? Ja. Hallo, Luigi. Was schön. Schau mal her. Ich zeig dir jetzt mal, wie viele großen Jungs das machen. Moment, was mich mal interessiert, was ist in dem Block da? Eine Münze. Ach, das war dieser Scheiß. Ja, komm. Braucht doch kein Mensch hier. Wenn du stirbst, dann mach das auch nochmal. Ich werde nicht sterben. Alles gut. Denn ich kann das. Gut. Ja, guck mal, du hast den Stern noch, weißt du? Mhm. Und weißt du, was ein anderer Vorteil von mir ist? Du hast den Ballon wahrscheinlich. Ich treff den Luftballon, richtig. Bum, bum, bada, dum. Hättest du mal eine Herausforderung annehmen können und einfach ohne Ballon machen können. Nein. Das ist dumm. So, tada. Yay. Wow. Wow. Jetzt kommt gleich dieses übel spielte Leben. Oh Gott. Okay. Jetzt keine Fehler machen. Keine? Ach so, das Leben. Ja. Komm mal her, Jungs. Dum, 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 dum. Yay. Lame. Warum? Du hast gescheatet. Ich hab's klein geschafft, so wie du. Du hast den Stern benutzt und den Ballon. Oh, ich hab's auch geschafft. Ich wollte es schwer versuchen. Ausreden hier. So. So, dann zeig mal. Was kommt? Ach ja, hier. Genau. Du wolltest rechts entlang. Ne, ich wollte links lang. Ah, gut. Wenn das für dich okay ist. Ist in Ordnung. Yay. Schaff ich nicht. Schaff das auch so. So, wie macht man das jetzt hier am besten? Unten durch? Ja, unten durch und dann? Spring. Genau. Ich brauch gleich Leben von dir. Mhm, ich merk's schon. Toll. Ich bin hier für die Slapstick-Einlagen zuständig. So. Oh. Oh. Überzogen. Hm, hm. Na so. Okay, aber das mach ich ein bisschen klüger als du. Was ist das denn? Oh, wie lame. Gebe ich hier nochmal hoch. Oh, da holt er sich so... Ach. Sowas mach ich gar nicht, weißt du? Hm? Sowas mach ich gar nicht. So. Und...